so leute willkommen zurück zu let's play legend of slda the wind waker und letzte part es tut mir leid ich bin etwas so ziemlich aus der haut gefahren weil mich so boss wie phantom genen echt aufgeregt hat vor allem wenn man den typen mehrmals schlagen musste der jetzt zum glück endlich besiegt ist und ja wir wahrscheinlich jetzt irgendwie ja mit dem schwert rollen haben müssen deswegen liegt das dort ist gut zu wissen dass der typ nie wiederkommt also phantom genen bin ich so froh drüber es geht noch weiter höher was war das gerade was hat mich gerade in brand gesetzt ach verstehe die letzten wachen vorgen seien letzten wochen gut aber es gibt noch mal energie satt und noch mal items satt robine die wir jetzt nicht mehr brauchen können weil das spiel sowieso fast vorbei ist der letzte boss ist gerne und der steht jetzt vor uns bald wahrscheinlich am ende von diesen stufen und ach ihr habt ihr mit feuer geschmissen mit feuer spielt man nicht mit feuer spielt man nicht freundchen müsstest du eigentlich wissen das ist mir gerade egal die items ich will jetzt ein wo ja da hast du das die bosttür da hast du die bosttür die lüge auch nochmal bewacht wird ist klar von solchen zwei wandschränken die mir noch mal richtig eins drauf geben wollen die mir richtig eins drauf geben wollen donnerwetter es werden sie nichts schaffen er hat seinen kameraden erschlagen ist das ein kameraden schwein das wäre auch geschafft und zwar klar die tür öffnet sich äh ist nochmal items satt und nochmal vollgetankt an heilung wir haben noch alle vier feen bei uns da gibt es auch nochmal feen gut wir sind bedient und rein in die tür wir sind bedient Sie ist eingeschlafen. Warte. Überstürze nichts. Ich kann ihre Träume sehen. Mehr. 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 Und noch mehr mehr. Nichts als mehr, soweit das Auge reicht. Ein Meer, in dem es nicht einmal genug Fische gibt, um ein zufriedenzustellenden Fang einzuholen. Und an dessen Trostlosigkeit sich nichts ändert, egal wie weit man auch schwimmt. Was waren doch gleichwert die Worte des Königs von Hyrule. Die Götter haben Hyrule versiegelt und verbannt. Und sie haben ein Volk hinterlassen, auf das es Hyrule eines Tages wieder aufleben lasse. Dass ich nicht lache. Eine Hand voll Inseln im Meer und ein paar Menschlein, die nicht besser sind, als das weitgewordene und zu Boden gefallene Laub eines sterbenden Baumes. Was? Was könnte ich schon vollbringen? Versteht ihr es immer noch nicht, ihr kleine Narre? Die Götter haben euch verstoßen. Oh, sorry. Ich habe auf dich gewartet. Auf dich, der du dir als würdig erweist, vor mich zu treten. Nur dafür bist du überhaupt zum Helden geworden. Und jetzt tu mir den Gefallen und enttäusche mich nicht. WTF? Okay, eine riesige Marionette. Ist das krass. Okay, Marionette ist klar. Das heißt, wir müssen ja die Fäden durchschneiden, die er dabei sich hat. Wow, 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 das ist dann ganz schön schnell, Freundchen. Okay, diese Fäden scheinen sich irgendwie zu regenerieren noch eine Weile. Na, wo ist die andere? Ach, direkt über mir. Du Scheiße. Ich glaube, allzu lange sollte ich nicht warten, ansonsten glaube ich. Da. Verdammt. Jetzt fahre ich zu langsam. Okay, er scheint jetzt so kreisförmig zu bewegen. Ah, verdammt. Ja, wir müssen das Ding treffen. Okay, jetzt konzentriert an die Sache rangehen. Das ist nämlich sicherlich so leicht, wie das hier aussieht. Hör auf dich zu drehen. Hör auf dich zu drehen. Oh fuck, die habe ich jetzt gar nicht gesehen, die Dinger. Das verknackt glaube ich. Ah, ist zu weit weg. The fuck, kannst du mal bitte stillhalten? Achso, noch mehr Schnüre. Nein! Ja, verflixt. Ja, getroffen. Hm. Bam, damit wir die erste Runde geschafft. Und es war so klar, es gibt eine zweite Runde. the fuck. Okay, die muss hier anscheinend anders sein. Okay, das ist ein Trick, das ist ein Trick. Ja, jetzt kommt es raus. Da drüben. Ah, shit, knauf mich drauf. Verdammt, zu spät. Nein, 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 ach, verflixt. Okay, behalten wir ihn mal im Auge. Mist, genau auf der anderen Seite. Okay, es ist die Chance. Treffer. Wo? Ah, okay, da drüben. Da komme ich jetzt nicht mehr ran. Wo, 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 wo? Ach, ja, drüben. Das wäre schon... Ja, das ist eine gute Chance. So, die Runde wäre auch geschafft. Oh mein Gott, was ist... Was ist das denn jetzt? Achso, hm. Das kommt mir bekannt vor, das Muster. Das ist doch hier... Von diesem einen Link to the Past Gegner. Wow, 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 wow. Das ist doch hier... Das war's. Okay, Treppern. Alter, ist der Hardcore. Alter, ey, wie treten die an Rad, ey? Boah, heftig. Yes, oh Gott, ey, wie hat der ein Rad gedreht? Ist das heftig. Sehr gut. Du bist also die Reinkarnation des Helden der Zeit. Dann ist die Zeit also reif. So sei es. Komm. Komm. Leute, ich werde mal up-safen hier. Gott sei Dank. Und ich werde mich gleich wieder weggerufen. Bis gleich.